Herzlich Willkommen zu dem ersten Video von der Barcelona Reise. Ich bin jetzt doch gerade zu Hause, es ist, ich würde es jetzt am liebsten zeigen, aber es ist gerade halb fünf draußen, warte ich kann dir mal das zeigen, warte, 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 so, 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 es wird gerade hell draußen, wie ihr gerade seht. Ich habe jetzt die Sachen gepackt, passt alles, auf jeden Fall geht es jetzt ab dann zum Flughafen und joa. So, wir sind jetzt hier am Flughafen angekommen, warte, warte geht es wieder los, wieder eine weitere Fahrt. Dann geht es, dann geht es, dann geht es. Boah, boah, Flugzeuge, überall. Wir sind gerade in Barcelona angekommen, wir sehen jetzt das Gewächs ganz anders, auf der rechten und linken Seite. Außerdem sind vor allem zufrieden, was mich sehr verwundet hat, ist, dass wir auf einer Autobahn sind und dass wir am richtigen Hotel sind. Also wir sitzen im Taxi gerade. Im Auto, ja. Mini, du bist nicht angeschaut, oder? Doch, ich hoffe doch nicht. So ein flüsser Bubel bist du. Mini, jetzt ist es schon, der Gurt ist dahinter. Bitte? Der Gurt ist dahinter, wie auch jetzt? Andere Seite. Oh, da oben. Merci. Ja, wir fahren jetzt gerade ins Hotel. Ins Hotel. Diagonale Zero. Und wir sehen, es kann kein Zufall sein, meine, mein Gurt ist auch Diagonale. Pimp My Ride. Was soll die Scheiße, Mann? Was macht Pimp My Ride da? Wir haben jetzt gerade Crips, Alter. Also mach den Scheiß da aus und lass endlich das Crips Intro abspielen. Meine Fresse. Okay, tut mir leid. Crips. Wir sind wieder beim Hotel. Komm mit, komm mit. Crips ist am Start. Komm mit. Zeig euch jetzt mein Room. Das ist mein Hotel. Kommt rein. Kommt rein. Schneller. Schneller. Was machten wir da? Ah ja, voll. Kommt rein. Ich hab mir gesagt, ihr dürft ja mein Zimmer schon sehen. Kommt rein. Hier ein bisschen unaufgeräumt. Da. Barcelona Reiseführer. Aber das ist nicht von hier. Da schlafe ich. Hier muss ich dann alles aufbauen. Hier mit Laptop und so weiter. YouTube regelt und so. Blödsinn. Kommt mit, kommt mit. Ich kann jetzt zeigen wie man Football spielt. Football spielt auch Football hier. Ja. Und jetzt kommt mit. Das Badezimmer. Ja. Nase zuhalten. Der war vorher schon. Das ist echt ein Aftertrip. Das leidet ganz schön aus. Aber mit der Nase. Ich leide. Das ist wieder cool. Das war unser Team. Ich bin richtig nass. Ich bin richtig nass. Bist du nass? Ich bin richtig nass. Bist du nass? Ich bin überhaupt nicht nass. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Fahrt ab. Egal. Wenn der Apiculis. Spritten wir los. Spritten los. Spritten los. Oh. 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 Okay. Wie hat denn mein Leroy Jenkins auf sich gefallen? Ah. 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 Ach. 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 Was passiert? Was passiert? Matthias steigt natürlich genau in die Lacke. Nicht so ein ganzer Wasserstrahl ins Gesicht. Ich scheiße. Das war es von dem heutigen Video. Haut rein. Hoffentlich hat er auf den ersten Tag gefallen. Bis zuhause. Tschüss. Musik